aber es schon echt krass gemacht wenn du dich triffst und so ganz genau gucken wie und wurde der getroffen da hast du auch so ein lockpfeifen und ich gucke wie die windrichtung steht und hast dann so also spray wo du dich mit einspülen kannst du dass die viecher dich nicht riechen und so weiter ich glaube das hat er dabei beim hunting simulator hat er das da auch also auf meinem youtube kanal findet auf alle fälle für mr to late in einem der videos garantiert ein link in einem projekt war mit dabei dass der link auf alle fälle drin ja schon muss noch aufgaben muss er der macht schon spaß muss man muss sagen aber wie gesagt ich finde den recht also ich weiß nicht ob ich den vernünftig rüberbringt wäre doch mal eine herausforderung oder man wechselt seinen herausforderungen ja ich muss sowieso jetzt mal so langsam gucken und mir wird sich ja wahrscheinlich auch so noch einiges ändern okay beruflich und so weiter dann muss ich gucken wie das dann in zukunft wird so willi wie sieht es jetzt aus ich bin bei 81 das heißt wir sind ziemlich zeitgleich fähig dann können wir gleich hier zusammen einsammeln jagen wir die beiden gleich über die map ich lass mich nicht jagen wenn es sowas fällt ja ich mich auch nicht bevor wir dich jagen können haben können wir noch dazwischen biene wenn sie dich ärgern sagt bescheid ich komme hier zu verstehen ich bin das sagt wie gesagt da wird bienes sandwich genommen es ist noch keine 22 uhr ich krieg die ganze zeit einen drüber und dann wurscht ist klar leute ist klar kann es eigentlich sein dass diesen monat auch wieder noch ein paar gute spiele kommt jetzt also 1 weiß ich was diesen monat rauskommt was ja mein neues projekt wird also in meinen augen und gut ist so und bei den anderen was sonst noch so rauskommt keine ahnung und es rückt schon wieder 89 prozent sind wahrscheinlich sehr gut so vor zurück vor zurück vor zurück sollte nicht auch ab dem der어신로 mit diesem monat kommen keine ahnung 18 82 am 18 sagt die biene ja so ich bin fertig ich bin fertig auch gleich mit den nerven bin ich fix und fällig aber hast jetzt gesehen hanke wie schnell das ging trotzdem mache ich die mir ja nicht ist ja auch okay aber er hat seine daseinsberechtigung und du kannst unheimlich eng um alles mögliche rumfahren rumfahren so drei prozent schaden hatte jenny ja bitte waschen nicht wieder so dreckig reinstellen ich wass nicht ich stecke den jetzt dreckig unter die halle ja wenn du unter die halle stelle ja wir haben noch genug zu tun hier keine zeit für pimpereien sie bei der arbeit hier wird gearbeitet hier wird nicht hier fahrzeugpflege gehört zur arbeit dazu ja die wird gleich gemacht hoffentlich dina hat es doch schon unheimlich gerne gemacht mit dem abspritzen diesmal bist du dran mach ich auch was gut wie die hat sich freiwillig gemeldet er spürt es gerne ab sehr gut Fahrzeuge ja nachdem wir in den in einer der letzten beiden folgen so viel gras gesammelt haben und die hieß ja auch so schön ein blick hinter die kulissen feld 3 ist fertig trifft sich günstig jetzt müssen die beiden hier nur noch vorankommen ja wie sie jetzt wird es interessant du wir haben hier so häufig im ls solche gesprächsthemen also ich aufpassen bei youtube ja bine biete pause kaffeepause na jetzt nicht nur wie sie kommt gleich ja ach ja so ich freue mich reche mit knallharten 53 km h hier über die straße sehr gut ja und dann gleich hier lieblingsbeschäftigung wer zuerst fertig ist schnappt sich den flug und die nächsten die fertig sind sammeln steine sammeln steine richtig also willi und kenny sammeln steine ja ihr seid länger unterwegs tut mir leid leute ja aber mit der mit der breite das ist wenn du anfängst zu flügen kann bieten ja schon mal hinterher steine sammeln und der von uns beiden dann zuerst ablädt von willi oder mir der hilft dann auch noch mit beim steine sammeln und die steine gehen allesamt ins silo rein wir haben dort zwei flüge wir können noch zu zweit eben flügen wenn ihr fertig seid macht ihr bei dem steine ja wenn die beiden nebeneinander flügen oder leicht versetzt können wir beide hinterher fahren steine sammeln die steine sammeln sind so breit wie ein flug was nein niemals ich meine ich meine das von der breite her knapp niemals er will dass ich nachgucke merkt er das leute er willet mir nicht glauben ich guck gleich nach willi wills wissen willi wills immer wissen sooo sooo ohje ich kurz gelag ab den flug den 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 striegel ja beim striegeln abfritzen äh den striegel einmal abfritzen und nachher bitte waschen ja vergiss das waschen nicht ich brauch jetzt bei erstmal der die zigarette danach gibt es erst wenn der feld fertig ist und abladen so also er flug hat eine arbeitsbreite von 5 meter 70 der steine sammler hat eine arbeitsbreite von 5 meter 50 ok dann passt das doch ich nehme alles zurück und behaupte das gegenteil warte mal ich muss jetzt ihr anfangen richtig wo du anfängst ist egal nimm dir eine spur und legt los das ist schon heute das helle nur das helle einsammeln wir fahren nur außenrum wir fahren außenrum hier schludrig gearbeitet auf die zwei liter kommt jetzt nicht an ich weiß aber ich will biene jetzt nicht zu sehr unter druck setzen sonst kommt die gleich gar nicht mehr zur arbeit ich meine eigentlich das einsammeln naja das einsammeln klappt denn nicht weil das lag genau zwischen den bahn wirst du gleich da hinten auch sehen dass da zwischendurch noch mal so einzelne dinge rumliegen da wurde nicht sauber geschwadet schwarz mit ja da wurde nicht sauber gesammelt ich schwarz auch nicht gesammelt haben wir mal die unsäubere strecke hier macht das jeder liter ist wichtig wenn man daraus die lage machen würden dann würde ich dir zustimmen also machen wir jetzt hast du auch mal nachgeguckt wir machen jetzt hier auf dem feld machen wir dann zucker rüben wenn dann zucker rohr und ich habe noch nicht nachgeguckt nein ich komme auf der spur er kommt auf der spur ja du schwändel nach mir nun lass mich doch auch mal ein bisschen spaß haben so dann halte ich hier mal eben kurz an und guck nach so leute falls der stream gleich beendet sein sollte schlagartig ich komme wieder ein kleiner spaß also ja ich würde wieder kommen aber ich muss nicht oben ins position farming ich muss hier unten bei der hilfe nachgucken weil manchmal schmeißt er einen ja da oben bei position farming raus deswegen so und zwar variabler aussaat ist egal das ist egal bei den bei getreide also weizen gerste raps hafer und mais sonnenblumen und soja bohnen da müssen wir darauf achten wo wir das aussehen am besten nicht auf lehm dann die anderen feldern die anderen fruchtsorten nehmen da muss man auch noch drauf achten und gehen mal unter wenn du gleich fertig bist unter variable aussatz in der hilfe bei position farming dann siehst du es was ich meine das ist egal nope ah ja Ja. Ich bin hochkonzentriert, dass ich hier genau auf der Linie fahre. Mhm. Und Biene nach Möglichkeit jetzt gleich beim Überholen nicht wegramme. Ich will sie nicht anbumsen hier in der Kurve. Ha. Ja, nicht in der Kurve. Das führt nur zu schlimmen Unfällen. Ich sag dir jetzt mal nix zu. Ach, hau raus. Da muss ich den Stream doch noch auf 18 stellen. Oh, bei mir ruckt's schon wieder. Hui. Ich fahre mal ne Ehrenrunde. So, ich fahre hier auch nochmal die unsauberen Linie hier. Na, mach das. Wie voll bist du denn? Äh, 86%. Erst? Ich bin schon bei 88. Da vorne hat's aber auch was vergessen. Am Schweinestall. So ungefähr. Ja, ich? Liegt das noch da? Ja, ja. Bei mir ruckt das gerade mal wieder. Ey, ich hab über 1000 Millisekunden. Läuft bei dir? Ja. Ich würd nur gerne wissen, warum. Ich hab nicht mehr als sonst laufen. So. Und raus damit. Mit den 100 Millisekunden, da kann ich ja arbeiten. Aber wenn da doch... Da springt das Bild. Ich sag es euch. Na, hast du es gefunden? Jo. Gut. Und dann geh ich jetzt zurück auf meine Bahn. Die war hier. Und weiter geht's. Wir liefern uns gerade echt ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bienen, ne? So heiß finde ich das gar nicht. Ja doch. Erst hatte ich dich überholt, dann hatte ich nachgeguckt, wie das mit dem Aussäen ist. Dann hast du mich in der Zwischenzeit wieder überholt. Dann hab ich dich überholt. Du musst dich abladen, dann hast du mich jetzt wieder überholt. Und jetzt musst ich wieder von hinten rankommen und dich überholen. Okay. Wie hätten sie es gerne, junge Dame? Schnell oder langsam? Wurscht. Ah. Es ist hier wurscht, wie wir von hinten rankommen. Er hat es von hinten gesagt. Ich bin mal gespannt, ob wir uns jetzt hier treffen. Und wer? Wir beide. Ah, der Händler ist da. Wenn du, um, wenn du, äh, verkehrt herum, der, des Uhrzeigersinns, fährst, ja. Da kommt er entgegen. Ja, ich hab mir gedacht, schon mal die Beine. Mhm. Jetzt pass auf, der Biene nicht weg, Krams. Ich hab alles im Griff. Jetzt kann ich aber Bienen nicht überholen, Willi. Stimmt. Kann ich mal jetzt wieder herfahren? Ja. Ja. Bienen, ich bin direkt hinter dir. Aber ich würde dich nicht unter Druck setzen. Ah ja. Fast gar nicht unter Druck gesetzt. Nö. Ich hab nur ne Info gegeben, dass ich direkt hinter ihr bin. Und auf der, ähm, 18 machen wir dann jetzt Sonnenblumen, richtig? Ähm, dafür müsste ich mir das Feld von der Beschaffenheit nochmal angucken. Nur da hab ich Sorge, dass ich rausfliege. Ich glaube, äh, kann das eigentlich sein, dass die 17 für Sonnenblumen gut geeignet war? Ich meine auch, weil wir die da letztens schon drauf hatten. Und deswegen wollte ich, glaube ich, auch die Sojabohnen, äh, die Sojabohnen, sag ich schon, die Zuckerrohr, das Zuckerrohr auf die 18 packen. Können wir ja machen. Das muss ja eh gemacht werden, weil, äh, wie gesagt, wenn wir da jetzt warten, dass das Gras da gewachsen ist, ist ja Weihnachten. Ja. Also werden gleich beide Felder gepflügt, ja? Würde ich dann sagen. Ja. Alles andere macht halt keinen Sinn. Wir haben ja noch Feld 15 oder was, da ist ja noch Gras drauf. Ne, 14. 15 müsste, ähm, Getreide drauf sein. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist bei einem irgendwie, geht da was. Sammelst du gerade die eine Bahn ein, Willi? Äh, ja. Okay. Dann bleibe ich hinter Biene. Welches Feld ist denn das, was direkt an der Straße ist? 15. Ja, was ist da drauf? Weizen, glaube ich. Okay. Hanke, was machst du gerade? Ich hole gerade den Flug. Gut. Dann, äh, fang mit Feld 18, bitte an. Feld 18? Ja. Mein Gott, dieser Helfer immer. Weiter zurück, die, fahr ruhig nochmal ein Ründchen. Ich mach dir Platz hier. Das ist okay. Soll ich denn auch schon irgendwas anderes machen? Ja, sammelsteine direkt auf der 18. Macht mehr Sinn, ne? Ja. Mal hier, das bisschen, äh, was Biene an Vorsprung kriegt, wenn ich abladen gehe. Das hole ich wieder ein. Wir schieben sie noch nicht, Leute. Weil wir haben sie ja gerade sowieso, äh, wir waren ja gerade sowieso schon schnell, ne? Aber knapp davor. Ja. Du kannst das Ding jetzt auch laufen lassen und einfach so wenden. Mhm. Aber so ein Pferde zu Dank sind. Ja, dann... Ach ja, wir haben einen Tempomaten drin. Ich wundere mich gerade, warum ich nicht schneller werde. Danke, Deichsel. Danke, Deichsel. Ähm... Ja, ist doch was. Sammeln wir die im, im, im Container wohl schon sagen, im Silo, oder? Ja, ja. Fahr die einfach zum Silo rüber. Ist der kürzeste Weg. Ja, das ist wirklich meine Lieblingsaufgabe. Ja, gut, muss ja gemacht werden, ne? Fabi, ne Frage. War da nicht eben, äh, irgendwo noch an, hier, äh, hier, äh, nachfragen? Ja, der war gerade letzten Monat. Also. Ja. So. Da, so mal voll. Schon wieder während der Arbeit, ja, ich weiß. Und so nicht. Ich glaube, ich muss was langsamer fahren. Wäre lieb, ja. Ich lasse mal ein, zwei Runden Vorsprung, glaube ich. Mach das, mach mal noch eine Pause. So. Mann, fahr noch bis zum Hauptweg mit dir mit und dann... Ja. Äh, vor allem, ich werde jetzt gleich hingehen und werde mir schon mal das, äh, Säbewerk holen und los säen, weil ich habe nur zwei Meter Arbeitsbreite. Bei was? Äh, Zuckerrohr. Na ja, gut, ja. Ihr arbeitet mit 5,5 Metern mindestens und ich komme dann mit, äh, zwei Metern hinterher. Ich steige ja noch mit. Ja, lass aber Hanke erstmal noch eine Runde drehen hier. Ja, ich bin ja noch hier am Sammeln. Sobald ich hier fertig bin mit dem Sammeln, komme ich da mit rüber und dann kann Biene von mir aus hier schon mal mit dem Pflügen loslegen. Juhu. Ich begeistern. Dann kann Hanke und du gleich mit dem Steine sammeln hinterher fahren. Je nachdem, wie weit sie mit dem, äh, Pflügen. Ich fahre dann rüber und helfe dir erstmal beim Pflügen. Ah. Du willst Biene beim Pflügen helfen? Mhm. Und willst rumackern, das ist alles. Er pflügt die Biene. Was für eine Arbeitsgeschwindigkeit habe ich eigentlich mit der Zuckerrohr-Sähmaschine? Was soll ich dachte mit dem Pflügen? 12 kmh. Was fahrt ihr beide da? 10. Ich jetzt gleich gar nicht mehr, weil es... dauert mir hier zu lang. Ja, dann schnappt ihr den Pflug und leg hier los. Muss Biene halt gleich, äh, Steine sammeln. Tz, 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 tz. Ich sag, äh, Steine sammeln ist ja nicht das Ding. Aber ich kann auch Pflügen, das ist kein Problem. Mach einfach weiter die Steine und gut ist. Das Ding ist, ich bin halt viel zu schnell. Ja. Muss jetzt mal eine Runde auf zwei warten, bis Hank hier rum ist. Ja, oder du gehst runter, ruf 10 kmh. Und fährst dann schön hinter ihm her. Ich fahr acht. Und, ja, leider. Willi, setz mal zwei Runden aus. Willi, dann kannst du eins machen. Den, ähm, die Sähmaschine da hinten mal bitte rausholen. Ähm, die habe ich nämlich gerade, als ich den Anhänger abgestellt habe, etwas angebummst. Und die steht da etwas blöd drin. Ich leite erst mal Steine ab. Ja, und dann bist du ja einmal in der Ecke. Hui, da war wieder ein Leck. Ah, nee. Das war das Einzige, was nervt. Wenn du gerade dabei bist, dich auszurichten, um gerade zu fahren. So, mehr oder weniger gerade. Und dann ruckt das auf einmal und du stehst 600 Meter weiter. Ich dachte, du sagst jetzt, wenn du einmal dabei bist, dich auszuziehen. Es sind noch keine 22 Uhr. Der Spruch des Abends. Wann soll ich hier machen mit den Maschinen? Abspritzen. Die, äh, Sähmaschine da rausholen. Die steht jetzt am Ernter. Den Ernter musst du wegfahren und dann kannst du die Sähmaschine, ähm, anhängen und, äh, mir schon mal mit Saatgut befüllen. Wo haben wir denn Saatgut? Haben wir noch im, äh, Silo. Das sieht aus, den Einkaufswagen. Hm. Das fährt sich aus. Ja. Alter, das ist teilweise schon richtig beschissen. Gewöhnungsbedürftig, würde ich eher sagen. Ja. Befüllung starten. Wir zahlen gut. Ja, ist nicht so wie im Bausimulator. Nur zweimal klicken und voll ist das Ding. Hm. Vor allem nicht, wenn es Beton ist, ne? Äh, alter Schwede. Alter, scheiß Beton, das ist nicht die echte Krise, ne? Blöde Befüllung. Hier steht sie. Sorry. Ah, ich weiß, dass es rausschneiden muss. Ja. Obwohl musst du? Ah. Ja, besser wäre es. Wie viele Minuten sind wir jetzt? Eine Stunde 32, 44. Bei mir hat sich mein Stream aufgehangen. Auf dem Laptop. Selbst bei dir hat der Stream im Camp auch mehr gehabt gerade. Nein, nur auf dem Laptop, glaube ich. Also ist sie dein Stream nur. Ja, siehst du? Mein Laptop hat sich weggehangen. Hat da jemand was reingeschrieben? Außer wie sie zuletzt. Bitte weiter. Wie sieht's denn hier aus? Danke, Biene, dass du mich durchgelassen hast. Kann du mir. Wie sieht's wo aus? Bei Anker auf dem Welt hier. Also, ich hab jetzt eine Runde gleich gefahren. Warte noch ein Augenblick. Ja, ich hole in der Zeit schon mal den zweiten Flug. Warum? Warum nicht? Äh, derjenige, der damit arbeitet, der muss ja auch sein anderes Arbeitsgerät dahinten abstellen. Vielleicht fange ich schon mal an zu früh. Ah, so. Dann weiß ich mal nicht. Du musst halt mindestens noch eine Runde warten, dass Anker da am Start ist. Das macht uns keinen Sinn. Ja, weil ihr beide fast die gleiche Arbeitsbreite habt. Dann kann ich hier schon mal anfangen zu pflügen. Aber nicht schon die gleiche Arbeitsbreite, das ist halt die Geschwindigkeit. Ja, ihr habt fast die gleiche Arbeitsbreite und dann kommt halt das große Manko, dass du schneller bist als er. Mhm. Das schlägen hier, pflügen, zack. Ja, dann pflügt mit. Und warum machst du nicht die 18, damit da Steine gesammelt werden können? Also, Albino und ich sind hier gleich fertig. Ja, bis dahin ist, äh, Hanke auf jeden Fall schon mal eine Runde weiter. Achso. Gut. Und wenn ich jetzt hier auch schon mal ein, zwei, drei Runden geschafft habe, können hier auch gleich gleich Steine gesammelt werden. Oder du wärst natürlich. Ich seh's. Deswegen dachte ich ja, dass du, äh, Feld 18 schon mal mit pflügst. Kann ich auch mal. Ja. Damit's da vorangeht. Ich war die Warnung. Ich bin doch jetzt in der zweiten Runde. Ja. Es dauert halt. Ja. Ist doch auch okay. Dann wird sich Jan. Dann kann Bienen hier gleich Steine sammeln. Steine sammeln, da steht hier vorne auf der Ecke. Biene wurde soeben zum Steine sammeln verdonnert. Ich hab's innerlich gespielt. Ja. Du kannst doch gerne pflügen, das ist egal. Kein Problem. Ich mache alles. Sie macht alles, Leute. Habt ihr das gehört? No comment. Ich hab's dir das gehört. Ich hab's dir das gehört. er hat auf jeden fall aufgehört sein was rein zu füllen sei das saatgut lehrer okay da hab ich jetzt nicht drauf geachtet so schauen wir doch mal schnell nach war der saatgut leer saatgut war weiter oben okay eine runde wenn denn muss gleich machen wenn ich auch noch auf der langen gerade wieder bin freiburg spieler 1 1 wir müssen unsauber gearbeitet wieso grüne stellen zwischen oder kann ich nicht sein habe ich nicht gesehen entschuldigung weil das feld besteht drei jahre lang wir können das dreimal abernten wenn wir einmal gesät haben dementsprechend muss das vernünftig gemacht sein habe ich trotzdem nicht gesehen ja alles hätte ich habe es ausgemacht danke dir will die mal abgesehen von gras ist halt zuckerrohr das einzige was mehr als einmal geerntet werden kann ja ich werde sehr wahrscheinlich morgen stream allerdings dann kein lost judgment sondern mit kenny dann leute wir haben den ersten blutmond hinter uns das seht ihr am sonntag im stream also in dem video auf youtube und wie wir uns dann morgen beim zweiten blutmond anstellen könnte dann schauen anke ich ziehe meine gerade linie kannst du dadurch ziehen und mache ich hier die ecke fertig so lange nicht im feuerwehr rufen muss ist ja noch alles gut ja ich hätte beim zuckerrohr pflanzen und ernten hätte ich tatsächlich gerne eine größere maschine aber selbst was du als mod findest da kommst du maximal glaube ich auf vier meter für zwei meter mehr sprich eine verdoppelung lohnt sich keine mord wenn er dann wieder hängen hoffentlich läuft das sauber wenn man dann auf sechs meter oder acht meter kommen würde dann würde ich sagen lasst uns versuchen es gibt es doch so eine so eine saatmaschine für kartoffeln und zuckerrohr wo du beides ansehen kannst zuckerrohr nein wer mir neu zuckerrüben ja das schon eher ich bin der meinung zuckerrohr also kartoffeln und zuckerrüben kann ich mir vorstellen aber zuckerrohr nicht weil das ist ja noch mal eine ganz andere technik ja ich weiß es nicht genau ja alles gut aber selbst wenn man größer oder breiter säen kann wäre dann immer noch die sache mit der ernte ja auch wenn es zwei meter sind mit zwölf km h ist das machbar ernt das hat immer das nervige vor allem müssen wir dann noch mal dann gucken mit welchem anhänger wird machen weil am besten wäre natürlich ein mit dem man direkt überladen kann so dass dann im endeffekt nur noch einer hinterher fahren muss der am überlader immer wieder mal zwischendurch abtankt und fertig ist egal ist nicht egal inwiefern er hatte das jetzt so oder so da rein wir haben noch vier anhänger ja so nur hast du beim alten projekt mitbekommen wie umständlich das manchmal ist ja die hat abgeteilt so da sind das nicht in erinnerung geblieben ist ja hab ich verdrängt wahrscheinlich ja bist du jedes mal wenn der ernte gewendet hast bist du eine decke gegangen ja so wie vorhin als er den da hinten abgestellt hat oder so ähnlich dabei stand stand er so gut vorm haus es war eine augenweide waren augengeweine so wie sie bist du noch da oder bist du zum willi rüber ich glaube sie ist auf beiden kanälen im stadt also zieht sich direkt beide sichten ran soll ich dir was lustiges erzählen wie sie spielt tatsächlich auch ls so macht man doch vernünftig um laptop oder pc in einem und auf dem handy den anderen oder um zettel ja wohl die streaming so gefällt mir das irgendwann kommt der zeitpunkt willi da können wir zusammen streamen und man kann dann über einen kanal beide ansichten sehen ja ich weiß ja er erntet gerade olivia oliven ja leider kaum ertragreich man muss es so richtig rein kloppen und auf dem server der feier hat das nur probleme verursacht ich auf dem server halt und wehe du bist da nicht sauber gefahren oder hast vorher nicht sauber gepflanzt ja oder du hast auf dem hang die scheiße gehabt ja aber das ätzendet da brauchst du wirklich ein gerades feld wie diese eigentlich wie die eine map da wo alle flachen flach gerade sind ja so wie sieht es denn ja ausreichend stein sondern hier ja ich bin noch alle sammeln am gras sammeln nein am heu sammeln wir sind ja bald durch ja ist doch was ich bin hier auch fast fertig bine ist logisch schon fertig oder dann los los steine sammeln hier siehst du mich nicht doch ok olivenhainer ach du meinst die die man bauen muss so gesehen ja die gibt es auf jeder map ist nichts besonderes guten Abend Dirk schön dass du da bist also wie sie wenn du jetzt das hier meinst moment im baumenü bauen und dann äh unter plantagen oder plantagen ok produktion plantage genau hier trauben und olivenbäume meinst du die die dir ja dann im endeffekt platziert und dann so eine reihe ziehst ach so fertige oliven und traubenfelder er konnte die kaufen und direkt ernten ja ok das ist dann natürlich schon mal was anderes weil die sind voll aufwendig ne ja wenn du die allerdings ähm gibt es ja auch verschiedene mods mittlerweile und da gibt es ja tatsächlich auch eine mod wo du hingehst platziert den baum und hast daneben träger wurde die dann nur noch abtanken kannst du kannst dann sogar auswählen ob auf palette oder als lose gibt es auch ein gewächshaus ja ja bei oliven und traum bin ich raus also das habe ich einmal gemacht ne ja fand ich nicht so geil weil auch vor allen dingen der ertrag hat zu erwähnen ist wenig ja schreibt schreibt wie sie gerade auch allerdings musste ich den erntter mieten und dann bleibt mein weiter lassen geben zu ende wenden hier und dann bleibt auch nicht mehr sei über danke genau aber ich wollte es mal ausprobieren danke bitte genau zum ausprobieren geht es auch auf niemanns land habe ich ja auch da fällt angelegt was erstmal schweineteuer war nun ja und der ertrag war leider echt traurig ja dafür musst du die nur einmal setzen und dann kannst du dir theoretisch immer nur noch ernten wenn du musst die schon pflegen ja ja nein ich meinte ja abgesehen von der pflege jetzt aber du musst sie nicht noch jedes jahr neu aussehen sondern du hast sie einmal gesetzt und fertig nicht so wie jetzt hier flügen steine sammeln sehen weisen genau dafür musst du dich schneiden musstest da mulchen ja und das war ja schon allein schon das ätzende mit diesem mulcher zwischen den beiden bahnen da ständig bist du daran hängen geblieben ja so ich habe hier fertig gesammelt ja wir sind ja auch gleich durch biene musste zum steine sammeln dann kannst du hier schon sehen biene hast du schon eine runde fertig also die außenbahn ist einmal gefahren ja okay kann ich ja direkt loslegen ich lasse jetzt den ladewagen am fermentier silo stehen nur dass ihr da bescheid wisst so dann holen wir uns mal den einkaufswagen hat das ding auch schon einen spitznamen weg das teil das fährt sich aber auch wie ein einkaufswagen so 8000 liter haben wir drin gucken wir mal was wir da so verbrauchen war das denn jetzt alles was wir an saatgut hatten nein nein ich meine wir hatten da wesentlich mehr ich gucke noch mal eben schnell nach ja das wollte es nämlich vorhin schon gucken ja sagt gut wo ist es da 27.000 liter haben wir noch drin also gehen da nur 8000 liter so aufklappen da kommt die biene vorbei dann senken anschalten so und abfahrt also zuckerrohr eingestellt muss ich nicht weil die kann nichts anderes und ich war multitasking fällt das denn naja aber auch bei zwei metern du da ist es gar nicht nötig dass die noch was anderes kann man kann es ja auch nur theoretisch theoretisch kannst du hinterher hingehen und zuckerrohr zum säen wieder aufladen als saatgut das heißt wenn es richtig was wärst du das feld einmal und kann es immer wieder neu sehen ohne neuen nachkaufen zu müssen feld die biene und der kenny jahre vom fc sieht auch schon aus leute hört er das der hanker sauerstoffmangel hand gemacht dieses feld noch und wenn geht er ans bett wir haben noch ein stündchen vor uns das schaffe ich heute noch nie mehr wie bitte nein wie bitte jetzt biene auch schon voll leute bekommen wir da nur hin ja und ja heute hat die arbeit irgendwie gelobt ich weiß auch nicht es gibt solche tage werden jetzt hier los als hätte als hätte ich gerade da material verloren ja hast du hast doch gar nichts mehr drin oder doch doch der untere balken 6200 liter sind noch drin aber das sei jetzt irgendwie merkwürdig aus muss ich nächste runde mal gucken auf jeden fall liegt da eine weiße spur ich weiße spur auf dem acker ich weiße spur auf dem acker wenn er gleich fertig ist von euch kann er dann mit dem radlader und der schaufel mal gucken aber da wird aufsammeln kann weil die schaufel kann zuckerrohr laden ich muss gerade mal gucken ob ich den stream fahre und andere spiele gekriegt ich versuche nebenbei noch einen stream von partizan gegen schlowatzke rein zu spielen bine ist nur auf youtube vertreten und macht da videos einen link zu bine findet er bei mir auf youtube in den video beschreibungen so wo hast du hier was verloren jetzt sieht zumindest so aus ich weiß nur nicht wie warum wieso weshalb das war ja nicht musikalisch eingespielt sondern selbst gesungen ja das passiert aber nicht doch weil es war nur eine kurze passage wird passt man hört ja auch dass ich echt die wenn wir noch nein wenn jetzt noch so die melodie dahinter gelegen hätte oder irgendetwas in der hinsicht dann hätten probleme geben können ja 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 ja